hallo und herzlich willkommen ja leute jetzt geht's weiter haus einfach ein bisschen weiter gebaut und zwar für uns jetzt noch fünf decken dann hätten wir das haus zumindest schon fertig ja was dann kommt ist so ein bisschen in einrichtung also was was wir halt so alles brauchen fürs haus drin das wird größtenteils mal wieder wird größtenteils mit dem jetzt kommt mit dem ofen mit dem ofen das zusammen ist halt sehr wichtig dass wir metall dann auch später bekommen aber erstmal kommt es natürlich darauf an dass wir uns mit der map eigentlich ein bisschen einfinden und ja wo ich auch noch wende es ist ja schrecklich ja unser kleines häuschen ist fertig das ist soweit schon mal dafür noch fenster dann macht hier welche ist das kaputt nö fragt mich warum die eine wand hier so dunkel ist okay ja eben bei so also den satteln ein geringes heilmittel was er kann sie hier machen und serra top sattel ja ich bin level 20 leuten sind geringes heil machen halt leichte beschwerden ist natürlich werden offen brüche boah ich hab mir die arme gebrochen aber warte in einem geringes heilmittel und zehn kilometer weit oben runter geflogen alles gut das passiert oft genug ja das heißt geringe schwirr beschwerden das nicht gering weiß ich nicht so ich glaube er glaubt weiter ja bin ich auch elegant habe ich das jetzt gerade gemacht wir haben wirklich gar nichts mitgenommen wir sind so voll idioten du wolltest nur das mitnehmen ja ich habe gesagt nur noch das und das mit egal okay alles gut nein man könnte jetzt sagen dass das jetzt meine schuld war man muss es aber nicht machen er wird angegriffen ich hab vergessen dass schildkritten rudeltiere sind ah ja ich will auch level 2 sag ich doch rudeltiere oh ich glaube das ding macht da keinen schaden oder mach ich schaden? doch ich mach schaden doch ich mach schaden welches level ist das fähig? 23 ach so ist ja nicht tank oder so nein bei verteidigung ich habe level 2 angegriffen derzeit hat mich eingemischt ähm sie sorry es ja viertel leben äh quasi drittel leben verloren oh jetzt ganz weg ja rennen gegen berg du bist es nein nicht ins wasser was hat die denn mit dem berg easy ja ja würde ich sagen war jetzt ganz chillig weil ich brauche nämlich leder ja so viel wie du geben kannst brauche ich hast du ein bisschen was? ja ein bisschen guck mal her ja 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 ich werde einfach weg lol guck mal her ähm ruf mal kurz den ding zu dir mit T guck mal was da steht hey distanz mittel eigentlich die gleichweite vom kalmbind oder so oh das könnte sein das könnte sein dass wir das meint ja ich kann es nicht sagen sooo perfekt triceratopsattel da 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 jetzt haben wir noch ein farmpad das ist das erste sozusagen nach dem strike äh nach dem parasaurus 45 ist das wie ich auch nicht schlecht ja ich weiß dass du vom boot willst hast schon ganz ganz sehangstig wieder schon so yay wir haben ein strike äh was brauchen wir? was brauche ich vorhin? ja ich bin gerade im überlegen ja ich bin gerade im überlegen haus ist drin erstmal fertig ähm hast du schon ein ding gemacht? den äh ofen? lagerfeuer warte mal was weißt du? ehhh nee ofen ofen schmelzofen ach den kannst du noch gar nicht machen ja ok hier hier die will ich eigentlich gar nicht mehr benutzen was soll ich dafür vorher steigen oh mir fehlt das mit zahlzeug pika mir nicht natürlich nicht hehehe ich hab doch gehört wie du vorne einfach innerlich geweint hast hehehehe 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 ähm soo soo braun für die dinger bieten das ne ich auch waffen soo faser ja ja eigentlich müsste ich mich jetzt so schnell wie möglich auf level 35 machen was war's was dabei war's hab ich hehehehe ok gut nicht wirklich weil ich weiß dass ich mal auf dem level war und sogar noch höher war's noch höher als der 35 echt man glaub ich war sogar way to 80 soo mal eine so ne cola oh ja läuft relativ nicht super hehehehe wir müssen mal ähm eigentlich hab ich ja gesagt es geht ja jetzt ins innen einrichten ne wir haben ein bett hehehehe ja wir haben bett das weiß doch oder ja ich würd sagen mehr brauchen wir nicht oder ne ich mein kann man ja wenigstens respawn ja das blöde ist halt wir können nicht beide respawn ja ich hab wieder fallen und bogen und wer sagt denn dass ich sterbe hm naja die ist ja klar aber ja ich weiß aber bestimmt das ist ein bisschen dumm ich weiß nicht welches level die Schildkritte ist aber ich glaube ich werde an ihr sterben jetzt wo du es gerade sagst soll ich helfen kommen auf ne es klappt schon na na ok komm jöp oh mein bogen ist kaputt ah ich habe hier gewiss unter der Schildkröte ja warum helfen die nicht ah so die können ja nicht im Wasser kämpfen komm Patty Patty komm brauchst du Hilfe? ne die ist gleich tot ist alles geplant hehehehe alles geplant hab ich gesagt hast du fein gemacht Patty hatt du fein gemacht hatt du fein gemacht hehehehe ja äh Wir haben Besuch. Was? Besuch. Werde ich jetzt? Oh man ey. Oh ich dachte nicht. Gehen wir auf Strohhäuser. Die haben was gegen Strohhäuser glaube ich. Die wollen nicht mal Blatt machen. Damit bei uns in der Welt haben sie ja, naja, mit nem Kothaufen einen Stein zerstört. Ob ich immer noch fragen, ob das wirklich so war oder nicht. Naja, das war so. Ich würde es einfach nicht wahr haben. So. Ja. Ne? Also wo die Rexe sind, das haben wir ja schon rausgefunden. Also, sorry Leute, die Folge geht es doch nicht so richtig ums Einrichten, sondern eher um... Überleben. Ach. Ja. Ich weiß noch gar nicht so. Quasi über... Oh Leute, guck dich das mal an, wie schön das hier ist. Wunderschön. Wunderschön. Unter der Erde. Das ist wunderschön hier. So. Wunderschön. Ja. Ähm. Welches Level bin ich? Ich bin 20. Okay. Ähm. So. Ja. Du hast nicht noch einen Morser und Pessel, den du bauen kannst? Was? Morser und Pessel. Also, äh, Mörser. Ja. Warum? Na, ich würd gern Narko-Bären herstellen. Was denn sonst? Narko-Mittel, sorry. Narko-Bären hast du gern mir hier. Ja, ich hab selber welche. Ähm, nimm erstmal den hier, der steht. Wo denn? Bin. Bin. Dann, okay, warte. Auf. Wunderschön. Ja. Jawoll. Ist der Dunkel ja? Ja und wissen. auf geht's und der track mal zum einsatz dann geht's jetzt einfach drum leveln damit wir schnell fliegen können und dann erst mal ich schnell fliegen kann oder je nachdem ist ja egal und dann schnell die map zu erkunden wäre nämlich schon richtig nice aber das sieht richtig nice aus mit den ganzen glühbirnchen hey 9 narko bären 8 15 wenn du dich über die 8 nicht freust nehme ich sie gerne nein ich brauche die ja 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 ich bin gerade überlegen ja doch wie ihr dann bereits schon gesehen habt starte ich ja jetzt auch noch ein anderes let's play von the forest und ich würde gerne mal dass ihr damit entscheidet also ich weiß ja nicht ob überhaupt jemand bis zum ende dieses videos guckt oder bis jetzt gerade guckt wenn dann wird es mich doch freuen wenn ihr mir helft zu entscheiden wie ich da meine videos hochlade ich bin mir nicht sicher ob ich jetzt jeden tag eins von beiden displays hochladen soll also zb arg dann den nächsten tag vor ist den nächsten tag arg den nächsten der forest oder ob ich also ich mache es ja im moment so jeden zweiten tag gibt es neues video von arg ob ich das dann weg abwechselt ob ich dann jeden zweiten tag zum beispiel den einen tag vor ist und dann noch zweit also den übernächsten tag dann wird mich freuen würdet ihr das mit entscheiden und ja wer wer schön auf jeden Fall habe ich denn ich will die ganze b drücken für inventar die ganze stadt drücken für drucken jaja das weiß es nicht wenn du zwischendurch andere spieler spielst dann anders gehen ja du kannst es dir auch so einstellen dass du auf cduckst er auf auf steuerung du musst jetzt in die einstellung gehen stimmt man ist voll anstrengend ja also die folge einfach nur so ein bisschen naja darüber reden wie wir das hauseinrichten ein bronto im haus haben und leveln das ist quasi so dass vom video jetzt gewesen ja ja nehme ich noch ein paar bären zu mir aber ich bin überladen an bären das ist schon schon nicht schlecht soll man erstmal hinkriegen weil ich noch genug ich wollte gerade mit narko bären essen ist ja nice jetzt wird so lange bis ich nicht mehr überfüllt dann bin ich mehr überfüllt aber die kenne ich jetzt auch noch da kommen sogar noch mehr ok ich packe dir nochmal neues fleisch in hier rein kannst ja auch gleich was rausnehmen in hier ist ins lagerfeuer oder hat noch gut fleisch eigentlich hätte ich ausdauer machen müssen ihr gesehen hier denn hier man 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 ich bin ich bin und nach Ihnen ich bin um um Komm, egal, gucke ich später Ja, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Hi Oh, Kisten, das sieht gut aus Ja, Leute, wir haben eingerichtet Kisten Und, ja, die hab ich gar nicht geskillt zum Beispiel Den Ponto da immer noch so lustig, ne? Pass mal töten Ja Ja, okay, fall schon mal an Ja, ich renne schon mal, ja Äh, natürlich zu ihm Sollen wir anfangen, äh, Beete zu bauen? Ohne Gewächshaus Hä? Ohne Gewächshaus Hä? Ohne Gewächshaus bringt das was Ah, stimmt, okay Fallschirm Ja, ja, den kennen wir gut, ne? Hat für das Geld Wird den auf jeden Fall benutzen, hm Ja Atto liegt tot am Boden Weiß ja immer noch nicht, was man mit der Kubezakstorte macht Essen? Ne, kann man nicht Äh, 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 Kerze, sorry Kerze, nicht Torte Hi 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 Ne, nicht Auch nicht Komm mal ins Haus Ich hab ne Überraschung Kassen Die Folge ist vorbei Abwanderieren Badabada Ja, Leute Das war's Mal wieder mit dieser Folge Vielen Dank für's Zuschauen Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten mal Aua Was? Aua Wie sauer. Ein Pfeil abgeschossen. Egal, komm. Ja, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Vergesst nicht, wenn ihr bis hierhin guckt, ungefähr bei Minute 15 habe ich euch ja was gefragt und wäre wirklich nett, würdet ihr mal dazu einen Rat geben oder was ihr davon haltet mit dem Hochladen. Würde mich freuen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.